Schmerzauaufzug, hier im Parkhaus an Verena in Köln, steht durch die Öffentlichkeit G. Verstattet, steht da mit einer Tür. Das ist wohl ein Neuschmerzauaufzug, hier in der Diebkreis an Verena. Ich habe nur einen Neuschwanensack. Ich habe nur einen Neuschwanensack. Ich habe nur noch einen Neuschwanensack. Und das ist der einzige Ausdruck hier in der Diefkör-Rasche. Er hat den Schuss. Hier war ich schonmal mit meinen Eltern scheinbar, als ich hier einen Termin hatte. Hier eben so einen schweinerschen Bau, der zu leben. Das ist der Zugang zum Aufzug, nur zum Aufzug. Er hat auf Uswai getötet. Ich war es nicht. Also ich werde das Video noch nicht weiter sehen. Auch so wird ja von diesem Grupp gewartet. Und auch hier so das Neustadt-Automaten nur bargeldet. Obwohl das neue Automaten sind. Also hier waren wir älteren Automaten, das sind noch ältere Automaten. Das sind alte Automaten. Hallo. 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 Ich schicke ihn wieder auf U3, Uswai. Ah, jetzt. Tja, aber natürlich auch auf U3. Er hat den Schuss. Ich muss dich ruhig. Hallo. Ich muss mich ruhig. Ich muss mich her kosten, na. Servus. Hier steht durch, die auf dem Schuss gestattet. Hier im Parkhaus und der Ticket, den konnten sie auch nicht mehr. Okay. Und das hat es auch schon mit Video bis zum nächsten Video spürst. und hier die Infos nach oben sind natürlich gesperrt, finde ich es nicht so schön.